Hey, hoffentlich sind wir in einer weiteren Folge von Pokémon Schwarz 2 Ultimate Randomizer Nuzlocke und ja, wir sind wieder hier und falls ihr irgendwas verpasst habt, ihr habt hier unser Team. Join Level 14 Geistboden mit der Ability Sturmsog, was ziemlich gut ist, wenn ich hier irgendwo stehen will, wo das ist. Hier steht es genau. Mit Käfergebung, Nebelball, Felswerfer und Fokusstoß. Dann haben wir als nächstes Hulk mit, naja, Level 13 mit Hexerplage, was jetzt nicht so unbedingt aushilft, aber doch eigentlich defensiver eher ist. Und ja, mit Geheimpower, Laubklinge, Erdbeeren und Drachenklaue, obwohl wir eine angriffssinkende, senkende Natur haben, ist trotzdem unser Angriff weitaus höher als unser Spezialangriff. Dann haben wir hier Megafon, welch, also Rassaf Hulk hier war nur Flugtyp, genau, wollte ich nur sagen. Megafon ist hier Kampfstahl mäßig mit der Fähigkeit Klimaschutz, hebt Wettereffekte etc. auf. Egal, ist eigentlich gut gerundet bis auf den Angriff. Angriff brauchen wir eigentlich eh nicht wirklich, sondern es ist eben ein Spezialangreifer mit Fokusstoß, Bürde, Ruheort und Kreuzhieb. Kreuzhieb? Kreuzhieb haben wir einfach nur, weil es Stab ist. Das ist der einzige Grund noch. Okay, wir werden heute weitergucken. Als erstes möchte ich natürlich noch nachgucken. Haben wir Pokébälle? In der Tat haben wir genug. Finde ich gut. Eine Sache noch. So, ich wollte noch Join mit Hulk tauschen hier vorne. Und dann gucken wir mal. Durch die Stadt, ich weiß gar nicht mehr, was ich so exakt hier tun muss. Ich weiß, dass ich hier unten irgendwo einen Encounter bekommen kann. Deswegen mache ich das. Was haben wir hier? Eine Eipfelbeere. Okay. Habe ich auch noch nie von gehört. Interessant. Schauen wir mal, was wir bekommen können. Unser erster Encounter hier ist ein... Naja, okay. Marakamba. Persönlich habe ich das noch nie genutzt, das Teil. Persönlich vergiss ich auch manchmal, dass es überhaupt ein Pokémon ist. Aber okay. Mal schauen. Also es ist schon mal kein Geist. Es sind weder Stahl oder Gestein. Das ist schon mal sicher. Das heißt, ich könnte Drachenklaue anwenden. Wenn es resistent ist, dann ist es Stahl. Okay, das heißt es ist Gestein. Okay, das ist Level 10. Dann haben wir mal Marakamba. Ich würde sagen, Superball-Doods in dieser Situation. Bingo. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das Teil nennen soll. Denn ich habe keine Ahnung, was es macht. Unlichtgestein. Hm. Mal gucken, was es dann so für attacken kann. Marakamba. Erzeugt durch rhythmische Bewegungen Töne den Klang von Marakas ähneln. Marakas. Okay. Hm. Marakas. Marakas. Keine Ahnung. Ich überlege gerade, Marakambas Marina. Fällt jetzt nichts anderes ein und ich hätte es vielleicht in Lowercase schreiben sollen. Aber egal. Wie auch immer. So. Na ja, gut. Warum auch nicht. Schauen wir mal Item. Gib mir mal. Karierbeere. Na ja, gut. Du bist pfiffig, was nichts Großartiges ist. Du bist eigentlich ein Angreifer und bist sonst eigentlich nicht so wirklich gut. Ich glaube, ich würde es eher im Moment auf die Box setzen. Druckbild bestreiten. Kämpfe in Gestalten des Listen. Letzten. Das ist ganz interessant. Aber die Angriffe sind nicht so wirklich. Jetzt super. Sag ich jetzt mal. Na ja, mal gucken. Ich würde erst mal sagen, ähm. Da ich sowieso kein Fan bin von Marakamba, wäre ich Marina im Moment auf die Box packen. Ich meine, falls irgendwas passiert. Warum nicht? Im Moment reicht es, drei zu haben. Wir legen dich erst mal ab. In Box eins. Genau. Okay, gut. Müssen wir eigentlich da runter? Ich weiß es gar nicht. Wir müssen, glaube ich, einfach nach PokéWood, oder? Oder? Ich glaube ich... Ah, unbefugt ist das Ding verboten. Okay. Das heißt, wir müssen hier noch nichts machen. Ich weiß gar nicht mehr, was in der Stadt, ähm, zu tun ist. Ehrlich gesagt, ich weiß es echt nicht mehr. Aber ich könnte vielleicht... Ne, warte mal. Ach ja, die Arenaleiter ist letztes Jahr nach unten gegangen. Das heißt, wir könnten hier in die Vapidro-Werke gehen. Beziehungsweise hier nach unten ist noch ein Gang. Hm, dein PokéWood gegen meinen Super Bowl, ja klar. Okay. Okay, gerne. Was war das? Vapidro-Werke, genau hier und das Vapidro-City. Okay. Wir haben hier aber noch keine Angler oder sonstiges. Das heißt, hier können wir nichts Großartiges machen. Hier sind noch immer die Vapidro-Werke. Was willst du denn? Es geht um den Werken, um mal wenig zu motivieren. Ist das, was möchtest du das übernehmen? Klar. Ja, dann kämpfe ich mal gegen jeden. Okay, gucken wir mal. Zuro-Keks. Hm. Laubklinge. Hm. Das heißt, du bist auch eventuell ein Flugtyp oder ein Stahltyp. Ich gehe einfach von allen Stahlmäßig aus. Mal schauen, ob das... Okay, du bist auf jeden Fall Flugtyp. Wow. Das macht ja fast nichts. Und das macht Schaden. Okay. Ich glaube, ich brauche... ...was Spezielleres. Megafon, bitte. Angriff und Verteidigung scheinen gut zu sein. Und Frost... ...was? Würde. Frostvolt. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Aber ich glaube, das ist die Spezialattacke von Kyurem weiß. Okay. Auf jeden Fall interessant. Aber Spezialattacke machen auf jeden Fall mehr. Das ist gut. Megafon erreicht, glaube ich, 16. Halker erreicht, glaube ich, 14. Und... Auf jeden Fall, wenn wir in den Zuraquix rennen, wissen wir schon mal, dass es Flugtyp hat. Und... Ja. Ordentlich in der Verteidigung schlucken können. Und wo laufe ich jetzt hin? Wo ist denn das Pokémon? Dann nochmal. Hier ist die Arena. Ähm. Hier. Okay. Gut. Ja, ich komme gerne mal wieder. So, dann rennen wir nochmal da runter. Dann müssen wir hier quasi alles erledigen. Alle Leute hier erledigen. Hm. Wenn ich das Puzzle noch irgendwie im Kopf hätte, ne? Dann kämpfen wir mal. Zapplalek. Hm. Download. Uh. Könnte ein Problem werden. Mal schauen, welcher Typ. Schlagbefehl. Das macht mir nix. Das macht mir nix. Schauen wir mal, was Erdbeben den macht. Okay. Auf jeden Fall. Irgendwas, das ging... Was war das Feuerwirbel? Wahrscheinlich. Irgendwas, das ging... Gift, Stahl... Feuer... Gestein. Es gibt so vieles, was hier jetzt zugetroffen hätte. Sichlor. Keine Ahnung, ich bleibe am V-Germittag draußen. Ah, das macht gut Schaden. Du kannst auch, Vintosis, es würde auch Sinn machen, für dich in deinem normalen Movepool zu behalten. Ein normalen Movepool aufzunehmen, aber... Wird sicher nie einen Nutzen haben. Aber egal. Hulk erreicht, glaube ich, 15. Die Offensiven werden geboostet wieder. Sehr schön. Angriff ein bisschen. Damit kann man gut, gut arbeiten. Elite Force God, genau. Ja, auch nicht schlecht, ne? Okay, ich bin zu den Werken gekommen, damit meine Pokémon mal gefordert werden. Ich will das... Ja, heißt das natürlich, dass ich ordentlich reinklotzen muss. Mhm. Und hier ist ein Item. Beschwörung. Ah. Ich weiß nicht, was das macht, aber okay. Ich weiß nicht, was es macht, aber ich weiß nur, dass es nicht hilft. Bei den Sachen, die wir brauchen. Und hier ist ein Voltoball. Voltoball hätte ich jetzt Angst, aber... Ach, ja, stimmt. Dragon Dance. Wow. Recht jetzt. Stimmt. Drachentanz, Stahl. Irgend so was wäre das gewesen. Naja. Was soll es an dieser Stelle? Wir gehen nochmal hier rüber, ohne irgendwas zu verkacken. Sag ich jetzt mal. So. Und... Hier. So, gut. So, was haben wir denn hier als nächstes? Das ist Abra. Hm. Geheim Power. Ist es jetzt bizarr? Spezialverteidigung mit der Norde? Ne, das ist ein anderer Raum, aber auf jeden Fall ist es schon mal Geist-Typ. Okay. Okta Suka. Ist gar nicht mal so wenig gemacht, wenn ich ehrlich bin. Oh, Kiki Diskus. Das tut weh. Gott sei Dank nur zweimal. Halleluja. Halleluja. Trank. Okay, gut. Äh, Dachenklauer. Sehr schön. Und wurde besiegt. Sehr schön. Wieder alles gleich. Luminion. Äh, join. Das ist der Einzige, der noch nur 14. Sandsturm von Luminion. Käfergebrumm. Sehr fiktiv. Das heißt, ich bin mal irgendwas Psycho... ...oder Unlicht oder so irgendwas. Aber wir haben gut gewählt hier anscheinend. Und join Rechthl 15. Fast Level 16 sogar. Ich hab total vergessen, dass ich hier mal fest anpacke, wo wir haben muss. Damit meine Pokémon auch ordentlich angefällt. Oh Mann. Haben wir ein Gegengift? Ich glaube nicht. Aber man kann es ja... Doch Gegengift zweimal. Sehr schön. Join. Join entwickelt sich gleich. Auf jeden Fall mal. Das werden wir dann auch bitte hier jetzt gleich mal erzwingen. Schauen wir noch immer, ob Join noch immer so ein fragiler... ...angreifer ist. Wenn wir dann nicht gleich sehen. Okay. Juggler Webster. Jonglur Webster. Die Namen sind alle auf Englisch, aber das macht nix. Pulverschnee. Uh. Gut, dass das ein One-Shot war. Ich hab schon gedacht, das war's jetzt. Okay. Glück gehabt. Join erreicht Level 16. Jetzt könnten unsere Typings sowieso wieder irgendwo hingehen. Jetzt ändert sich nämlich wieder alles bei der Entwicklung. Ich bin dann neugierig, was jetzt passieren wird. Keine Entwicklung? Ich dachte auf Level 16. Ah. Interessant. Da muss ich echt nochmal kurz nachgucken. Denn normalerweise... Da muss ich kurz... ...nachschauen. Ob's vielleicht doch höher ist? Normalerweise ist es immer Level 16. Bin mir da nicht sicher. Normalerweise ist es immer Level 16. Oder ist das auch randomized? Nee, scheint anscheinend hier Level 18 zu sein. Okay. Ich wusste nicht, dass Chillast sich erst nach Level 18 entwickelt. Well. Man lernt nie aus. Wird mal... ...noch zwei Level guten Heutner hier haben. Okay. Okay, gut. Dann wäre denn wir... ...Halt nach vorne packen wieder. Mal gucken, was der hier zu sagen hat. Gut. Tentantel. Uh. Ah, es ist nochmal Flammensturm. Uh. Das macht viel. Das ist fast Dab, denke ich mir doch, ja. Das kann man so immer so ein bisschen sich denken, wenn das viel Damage macht. Entweder das ist wirklich saumäßig hoch, aber dann hätte er den Hit nicht so gut ausgehalten. Aber naja. Könnte ja immer sein. Wie auch immer, Hulk erreicht es Level 16. Was wiederum gut ist. Noch ein Tentantel. Ja, wir wissen ja jetzt, dass Tentantel anfällig gegen Erdbeben ist. Aber es überlebt. Wow. Es hat noch Gewissheit, Flammensturm und sonstiges. Also so schlecht ist es nicht. Mit Laubklinge ist es normal effektiv für Sancho. Okay. Ehrlich gesagt, es wird irgendein interessanter, irgendein interessantes Typing haben. Das ist die gleiche Arbeit. Das bedeutet auch, dass alles ein wenig mit Problemen läuft. Ja, das bedeutet das in der Tat. Okay. Gut. Okay. Wie mache ich denn die nächsten hier? Ich muss auf jeden Fall jetzt nochmal zurückgehen. So, einmal, zweimal und hier rein. Gut. Ich glaube, auf jeden Fall sind wir hier ein bisschen länger. Und ich weiß auch nicht, welche Level jetzt auf uns warten in der nächsten Arena. Das kann ich leider nicht prädikten. Aber wir werden sehen. Hast du ja ein Pokédex? Ja, ja, habe ich. So, dann gucken wir mal hier. Hier ist auch ein Trainer. Natürlich kämpfe ich nicht. Fliegeknoll hast du originalen. Hier hast du einen Schmerbe. Denn du musst jetzt sterben. Schmerbe. Feuerfähiger. Ja, gut. Das macht nicht viel. Schmerbe hat keine Stats. Keine Gescheiten. So. Was ist das? Schockwelle? Ne, Schockwelle brauchen wir nicht. Schockwelle brauchen wir nicht. Denn du bist ein physischer Angreifer, Razav. Okay, Razav wird auf jeden Fall immer so bleiben. So ein bisschen defensiv. Mit Angriff. Der okay ist. Und Spezialangriff, der überhaupt nicht zu brauchen ist. Was völlig in Ordnung ist. So, Tausch. Ich hoffe, man sieht die Maus nicht. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die ganze Zeit im Bild hatte. Das ist nicht so gut. Dann lassen wir mega vor ein bisschen kämpfen wieder. Ich habe hier... Was ist hier das seltene Pokémon? Ein Navitaub. Okay. Schauen wir mal. Pulverschnee. Ja, das macht dir nichts. Was macht das hier zu dir? Das ist die größere Frage. Abgesang. Also, das ist... Okay. Das ist nicht das, was ich vermutet habe. Okay, gut. Und ciao. Okay. Wie komme ich... Da war ich. War ich da hinten? Da hinten war ich noch nicht. Wow, ein Taubar ist ein Bild. Ehrlich? Wow. Egal. Wie komme ich denn da hinten rein? Das ist meine größte Frage. Wie komme ich denn da hinten rein? Was ist das, was ich da gar nicht hinkomme? Hm. Ah, doch. Anscheinend vielleicht doch. Absolut. Ja, so ist es einfach. Jetzt kommen auf einmal die guten... Oh, oh. Spiegeltrick funktioniert sogar, wenn man nicht trifft. Interessant zu wissen. Normaljuwel. Uh. Taubar. Das Normaljuwel ist Einsatz. Ah, ein einmaliger Einsatz. Das heißt, das werde ich nicht so einfach verschwenden. Blablabla. Blablabla. Und? Der rennt einfach weg. Okay. Der hätte ich vielleicht lesen sollen. Ich wollte die Lamm hier. Lassen wir auch mal in Ruhe. Haben wir jetzt eigentlich alle bekämpft? Oder ist das jetzt der noch immer? Ich glaube, da seht ihr doch mal, ob ich es wieder schaust. Und wenn man so nicht mag. Okay, ich schlussstreck von meinem Verrängs-Zwing. Ja, ich bin hier. H2 solltest du sehen. Sehr jeweils umweist. Was ist denn da gekommen? Aber schon. Okay. Ich muss den immer finden, oder wie? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich bin... Fifchen Nub, sagen wir mal. Etow. Und so... So ein Nub, dass ich sogar gar nicht mehr weiß, wo die Events alle ausgeschaut haben. Naja, egal. Ich rede mal mit dem. Turbo-Tempo. Uuuuh. Na gut, wir haben keinen Normaltypen, aber... Schauen wir mal, ob... Wer davon Gebrauch machen könnte. Sind die einmalig schon, oder... Sind die nicht einmalig? Ich glaube... Wann wurde das eingefügt? In dieser Generation. Okay. Ich habe schon gedacht. Das gerade... Wer kann Turbo-Tempo lernen? Das ist meine größte Frage. Jeder. Sehr schön. Hulk könnte es in diesem Fall gebrauchen, denn er ist nicht der Schnellste an kann. Ist stärker als Geheimpower. So. Okay. Gut. Dann haben wir das mal... abgeschlossen. Und wir gehen jetzt mal hier rein und werden uns nochmal unsere Pokémon heilen und gehen dann weiter auf Jagd quasi. So. Wir müssen jetzt irgendwie in die Kanäle. Wo sind die Kanäle nochmal? Das ist jetzt meine Frage. Wenn ich das nochmal wüsste. Hier ist die Arena. Hier ist die Pier. Da oben ist Pokeroot. Ich würde es mal sagen, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen Arena. Gucken wir einfach mal rein, hätte ich gesagt. Was sagt er? Oh, das ist hier wirklich gerade nicht zu Hause. Da ist eine Pokémon-Arena klein, dann können Sie ja alle anderen hier so ruhig herausfahren. Da kannst du sicher du hast... Das mit dem Untergrund war ja in einer anderen Stadt. Stimmt, nicht hier. Okay. Ups. Okay, ich kann ja also herausfahren, die Arena, sagst du. Fühl ich mich stark genug. Wir werden sehen, welche... Welche Pokémon hier so rumgammeln. Wir werden mal gucken, was das Schlagzeug so drauf hat. Dann sehen wir mal, welches Level wir ungefähr zu erwarten haben. Wie schaut es aus hier? Level 14. Ja, das schreibt noch. Ungefähr Level 18. Schauen wir mal. Okay. Ich weiß nicht, was du für einen Typen nochmal hast. Holzhammer. Das tut mir nicht wirklich weh eigentlich. Guck mal da. Ich mach jetzt einfach mal Börder, wenn wir uns zu scouten. Hier Steinschädel. Uh, das macht aber trotzdem viel. Schauen wir mal, was Fokusstoß macht. Psy-Shock macht nicht so viel. Fokusstoß wird schon wieder. Meditation, das ist jetzt schon langsam scary. Fokusstoß trifft. Was bist du für ein Typ? Ja, Stahlkampf. Ah, Stahlstein oder normal. Oder Eis sogar. Man wird's... Keine Ahnung. Megafon erreicht auf jeden Fall Level 17. Horrorblick muss ich nicht haben. Muss ich nicht haben. Okay. Damit wurde der hier besiegt. Wir scheinen dann anscheinend okay zu sein mit unserem Level. Aber wir werden's dann sehen. Ich werde dann nach dem Kampf nochmal heilen gehen. Ja, Mautzi. Mautzi weiß ich gar nicht mehr, welches Level hat. Aber auf jeden Fall hat's auch Käfer gebrommen. Und es ist beides nicht sehr effektiv. Dann schauen wir mal auf Nebelball. Ah, das ist K.O. zumindest. Okay. Joyner erreicht auf 17. Fadenschuss? Nee. Ramaydon. Huck. Denn das hat einen sehr hohen State, wie wir wissen. Mal gucken, wo's diesmal ist. Wenn's im Angriff ist, dann haben wir ein Problem. Mülltreffer. Ist neutral, aber sehr stark. Okay. Das ist auf jeden Fall nicht der Angriff. Das heißt, du hast eigentlich Magiemantel. Du hast mehr oder weniger so gerundete Stealth. Und du bist aber trotzdem Stahl, Gestein, Feuer. Oder sonstiges. Irgendwas ist halt kein. Oder Gift. Hättest du auch sein können. Okay. Designerin Liliana. Wir gehen auf jeden Fall. Ich weiß, dass du Pokémon singst. Und dann gehen wir hoch. Gehen rüber. Und heilen uns. Nochmal. Ich weiß auch nicht, warum ich die Stadt immer mit der... ...ganz großen Stadt verwechsel in dieser Region. Ich weiß nicht, warum. Aber es passiert halt. Wie gesagt, ich kenne mich hier nicht so aus in der Region. Schadet eigentlich nicht. Sehe ich jetzt großartig. Aber naja. Okay. Mit wem fangen werden wir? Mitscheuen, warum nicht? Mitscheuen, warum nicht? Los geht's. Ich bring dich jetzt zum Ausflippen. Okay. Wir fordern mich mal heraus. Developer Robin. Okay. Flambyrex. Das hat schon höhere Steps über Sport. Will ich's riskieren, ist es die Frage. Ich würde sagen, ich bin mal auszuhalten. Aquahobies. Wow. Da hab ich jetzt Glück, dass ich rausgewicht bin. Wenn sonst wär's das gewesen. Holy shit. Okay. Du musst dich noch mal aufladen, diese Runde. Das heißt, ich werde jetzt mal Laubklinge machen. Okay. Der Rückschuss hat sich nicht bewegt. Okay. Das heißt, ich kann diese Runde gemütlich einen Trank zu mir nehmen. Confustrahl. Aquahobieze. Okay. Dann probieren wir mal. Ah, shit. Macht nichts. Verfolgung. Ist auch noch deine Attacke. Erdbeben. Erdbeben ist sehr effektiv. Sehr schön. Okay, gut. Das ist schon mal eine super Sache. Haltgerechte mit Level 18. Was super ist. Join. Fast auch wahrscheinlich. Smetbo. Ich trau mich. Ich weiß aber nicht, welche Überbrückung. Uh, wenn du jetzt eine Wasserattacke... Oh, wieso haben wir Join nicht draufgelegt bei einer Wasserattacke? Stimmt doch. Egal. Hätten wir vorher gut machen können. Aber wir holen jetzt mal ein Megafon raus. Ich hoffe, dass jetzt keine Kampfattacke kommt. Groll. Ja gut. Damit können wir den Börde. Uh. Sehr bulky, das Teil. Krass. Fokust du das? Trifft. Schauen wir mal, wie viel das macht. Wow. Smetbo. Also, also, du scheinst hier sehr bulky zu sein. Und du setzt den Supertrunk ein. Okay, wir haben keine AP mehr. Du scheinst es nichts Großartiges offensiv zu machen. Sehr. Ja gut, das macht, das macht schon alles. Gut. Smetbo wurde dann auch besiegt. Level 18 hatten wir recht. Und Join erreicht Level 18. Und wir werden sehen, was aus Join passiert ist. Wie sollen es jetzt wieder durchgemixt werden? Wir werden sehen. Megafon erreicht Level 18. Okay. Was soll das? Ich habe mal mitten im Refrain. Wo ist gewinnt? 2160. Pokedollar. Tja. Dann gucken wir mal, was aus Join. Das Stats jetzt wird, beziehungsweise seiner Ability. Uh. Tja. Wir werden es gleich wissen. Das ist auf jeden Fall klar. Okay. Wir haben jetzt ein Chalcharia. Chalcharian. Chalcharia. 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 Sagen wir einfach Chalcharia. Oder Join. Join ist immer ein super Name. Da habe ich mal verloren. So, war es aber auch. Das bedeutet wohl, dass du ganz schön stark bist. War es aber noch bitte für mich. Aber wenigstens habe ich mein Bestes gegeben. Dafür gebe ich mein ganzes Frisch hier. Den Beweis, dass du mich besiegt hast. Den Orden. Ja. Gift Orden. Und was bekomme ich noch? Level 30. Ich kann jetzt mal Befehle auch hören. Und diese TM. Freier Falk hätte besser sein können. Aber ich glaube, Rasov könnte davon eigentlich... Oh mein Gott. Pokéwood. Pokéwood. Okay, dann schauen wir uns mal Chalcharia und Stats an. Ich habe Schiss. Elektrogeist bist du jetzt. Okay. Du bist nicht mehr Bodengeist, sondern Elektrogeist jetzt. Ist okay eigentlich. Hast du jetzt schnell und hast in beiden Stats guten Angriff Anpassung steigert Attacken des selben Typs. Du hast also Adaptability, was wirklich, wirklich gut ist. Du bildest. Du bildest, dass du keinen einzigen Step Angriff hast. Kannst du vielleicht jetzt Bürde lernen? Das wäre super. Ah, Bürde. Kannst du Bürde lernen? Das würde mich mal sehr interessieren. Du kannst nicht Bürde lernen. Schade. Kreuzhieb. Ne, freier Fall. Schauen wir mal, was mit freier Fall ist. Kann auch keiner lernen. Joa. Gut. Okay. Dann müssen wir auch hier ein bisschen was ändern an Layout. Bis zum nächsten Mal. Ich ändere das Layout das nächste Mal, weil ich muss da sowieso nochmal drüber. Und wir sehen uns dann wieder. Und bis dahin. Spielt schon brav weiter.